Der Krieg um den Angacher Streifen war in Form 25 bis zum 30. Dezember 1985 von den beiden westafrikanischen Staaten Mali und Burkina Faso geführter Grenzkrieg. Kriegsursachen Die Grenzkonflikt wurzelte in Jahre zehntealten Streitigkeiten um vier Dörfer in dem 160 km langen und 30 km breiten Wüstenstreifen Angacher, den Mali kontrollierte und in dem reichhaltige Bodenschätze vermutet werden. Nach der von Frankreich in der Kolonialzeit festgelegten Grenzziehung gehörte das Gebiet zu Burkina Faso. Mali versuchte jedoch die Grenze militärisch zu revidieren. Vorgeschichte Bereits im Dezember 1974 war es zu einem Grenzkonflikt zwischen Mali und Burkina Faso gekommen, in welchem der spätere burkinische Präsident Thomas Sankara als Hauptmann die Einheiten Oberwolters befehligte. Da es damals nur sporadische Schusswechsel gab wird dieser Konflikt nicht als Krieg angesehen. Durch die Vermittlung des senegalesischen Präsidenten Leopold Sedar-Senghor verständigten sich Mali und Oberwolter darauf, eine Schlichtungskommission aus Vertretern der Regierungen von Togo, Niger, Guinea und Senegal einzusetzen. Diese Kommission beschloss ihrerseits zur Festsetzung des Grenzverlaufes eine gemeinsame Expertenkommission bestehend aus drei Kartografen, einem Ethnologen, einem Juristen und einem Sekretär einzusetzen. Doch dazu kam es nicht. Der Weihnachtskrieg Anlässlich einer landesweiten Volkszählung in Burkina Faso betraten am 14. Dezember 1985 einige der damit betrauten Beamten eine Siedlung, die nach Auffassung der Malischen Regierung zu ihrem Territorium gehörte. Deshalb schritten Malische Grenzsoldaten gegen die Volkszähler ein. Burkinische Soldaten kamen den Landsleuten zur Hilfe. Der Malische Präsident General Musa Draure forderte seinen Burkinischen Amtskollegen Thomas Sankara auf, seine Truppen zurückzuziehen. Dies geschah am 20. Dezember. Gleichwohl griffen Malische Truppen am 25. Dezember 1985 an. Daraufhin ordnete die Regierung von Burkina Faso die Generalmobilmachung an. Sechs Tage lang bis zum 30. Dezember 1985 kam es entlang der Grenze zu mehreren Scharmützeln. Die Zahl der Opfer ist unbekannt. Sie wird auf mehr als 100 geschätzt. Jedenfalls waren die meisten toten Zivilisten, die bei der Bombardierung bzw. dem Beschuss der Burkinischen Orte Weichegoya, Nasumbo und Jiba einerseits und des Maulischen Ortes Sikasu andererseits ums Leben kamen. Waffenstillstand Am 26. und am 27. Dezember 1985 scheiterten zwei Versuche des libyschen Ministers für afrikanische Einheit Ali Abdesalam Al-Traiki und der Organisation für afrikanische Einheit ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen. Einen dritten Anlauf unternahm der westafrikanische Verteidigungspakt Akkord de non-aggression e de defense, dem außer den beiden Konfliktparteien die Staaten Senegal, Elfenbeinküste, Mauretanien, Niger und Togo angehörten. Diese Initiative hatte schließlich am 30. Dezember 1985 Erfolg. Schiedsspruch des Internationalen Gerichtshofes Mali und Burkina Faso riefen gemeinsam den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an, um die Lage zu stabilisieren. Am 10. Januar 1986 forderte der IGH in einem vorläufigen Spruch beide Seiten zum freiwilligen Rückzug ihrer Truppen auf. Bei einer Konferenz der ANAD am 17. Januar 1986 in Jamus Okro erklärten sich die Staatschefs von Burkina Faso und Mauli bereit, ihre Truppen in die jeweiligen Ausgangsstellungen zurückzunehmen. Eine Kommission aus Vertretern Libyens, Nigerias, Males Burkina Fasos und der OAU sollte die Einhaltung der Abmachungen überwachen. Am 22. Dezember 1986 verkündete der IGH sein Urteil demzufolge Burkina Faso der südliche Teil des umstrittenen Grenzstreifens, das sogenannte Dreiflüssegebiet zugesprochen wurde, während Mali den nördlichen Bereich um die vier Dörfer erhielt. Beide Staaten nahmen das Urteil an.